Es ist der deutschen liebstes Tier, das Sparschwein. Sogar ein Denkmal wurde ihm errichtet. Auf Sparsamkeit ist der deutsche Wohlstand aufgebaut. Das weiß auch der Münzhändler. Ich weiß nicht, das kenne ich schon von meinen Eltern. Die haben mir da schon beigebracht, wenn ich kein Geld habe oder kein Geld gespart habe, dann ist auch nichts. Dann kann ich auch nichts Großes anschaffen. Das Sparen ist tief verankert in der deutschen Seele. Eine süße Tugend. Ein Sparbuch ist in diesen Zeiten immer sehr schwierig. Natürlich aber immer noch eine der sichersten Sachen. Darum hat man natürlich auch noch das Geld, was man hat, auf dem Sparbuch beides gehen. Was beiseite legen für schlechte Zeiten, das steckt den Deutschen im Blut. Schon seit Jahrhunderten wird gespart. Der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser sieht die Gründe für die Sparmentalität in der bewegten deutschen Geschichte. 30-Jähriger Krieg und Vielstaaterei. Man musste auf alle Schicksalsschläge vorbereitet sein. Das bedeutete, dass man in der Lage sein musste, bei Krankheit, bei dem Tod, wichtige Familienmitglieder, bei der Ausbildung von Kindern, die man dann wegschickte irgendwo, um etwas zu lernen. Da musste man schon in der Lage sein, aus dem Geldvermögen rasch zugreifen zu können. Vor 200 Jahren dann die ersten Sparbücher. Staatlich gefördertes Sparen. Selbst die Ärmsten sollten was zurücklegen. Sinnvoll, als es noch kein Sozialsystem gab. Das Geld der Deutschen, es vermehrte sich, ohne dass sie ein Risiko eingehen mussten. Die deutsche Wirtschaftskultur war ausdrücklich, das haben auch die Ökonomen in Abgrenzung zu dem britischen Beispiel so gesehen, im Kaiserreich, war ausdrücklich nicht auf Börse und Spekulationen orientiert, sondern auf Kooperation und Nachhaltigkeit. Immer wieder wurde das Ersparte entwertet. Durch Weltwirtschaftskrise, die Hyperinflation oder Währungsreformen. Doch nichts konnte den Sparwillen der Deutschen brechen. Die große Sparideologie kam eigentlich erst nach dem 2. Weltkrieg, in den 50er Jahren, wo man ja nun alles neu anschaffen musste oder nicht alles, aber vieles neu anschaffen musste. Und das Kaufen, das Konsumieren auf Kredit nicht sehr populär war. Bis heute werden schon die Kleinsten auf Sparen gemünzt. Das Geld gehört gut angelegt auf die Bank, sicher und risikofrei. Auch wenn es kaum noch Zinsen gibt und das Ersparte wegschmilzt. Ein Notgroschen muss sein. Dass man nicht mehr ausgibt, wie man hat, das sollte einem schon mit dem 1x1-Rechnen beigebracht werden. Und wenn man das einigermaßen berücksichtigt, dann kommt man nicht auf die Soll-Seite, sondern bleibt auf der Haben-Seite. Und wenn es dem Schwein dann doch mal an den Kragen geht, dann muss es schon für etwas ganz Besonderes sein.